Musik Wir haben eben dieses Theaterstück, was die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention entwickelt haben, der Clown Zitzewitz mit seiner Geschichte, er fährt in den Sommerurlaub und macht alles falsch, haben wir in Dresden, in Sachsen lange Jahre durchgeführt und haben auch festgestellt, dass diese Figur sich ganz wunderbar eignet, um den Kindern den Sonnenschutz näher zu bringen, wie sie hier auch sehen konnten. Das ist unglaublich, wie lebendig auch nach vielen Jahren bei den Kindern so ein Besuch vom Clown Zitzewitz im Kindergarten noch im Kopf hängen bleibt und die dann auch immer noch wissen, was gehört jetzt eigentlich zum Sonnenschutz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017